so da komme ich jetzt hoch dann kommt hier noch ein stein hin so ausgezeichnet an der ecke brauche ich noch holz das war zu viel wir haben ja spitzern sehr gut okay also noch mal holz holen da haben wir sehr diese unmengen an schwarzeichen stämmen ja wir sind ja im schwarzeichen stammland im stammland der schwarze hier ja bevor ich uns in rede bauch hier lieber mal weiter und passe auf dass ich da nicht runterfalle okay also so nein das war zu schnell und da könnte ich ja noch einen dachboden machen ja doch das macht sinn nein so genau so wollte ich das hinhaben wie mache ich das denn da ich kann ja mal ein bisschen auf den baum ausweichen ach ja doch das mache ich auch mit stein wird dann geht aber wieder hoch so so und dann machen wir das auch gleich noch hier ok und dahin so sehr gut dahin dahin gerade wollte ich noch meckern dass ich das denn hier runterfalle und schon ist es geschehen hier das gefällt mir und das muss ich noch zu machen aber jetzt komme ich da nicht mehr hoch da denke ich eben über den baum wozu haben wir den hey nicht so schnell wo sie aber den baum denn so so ok das war das da außen ja fein sehr schön dass das ist ein stein nach ich hasse dächerbau das ist so kompliziert nicht springen einfach hinsetzen so ok dann hätten wir das wenigstens auch mal hier geschafft und da so davor das mit dem dach das wird noch ein bisschen komplizierter das wird nicht kompliziert das wird einfach nur länger so und dann da noch ja ich sehe schon ich habe gerade kein thema tut mir leid aber ich wollte eigentlich jetzt kann ich mir aufnehmen ja ich verlängere ja gerade wieder also nicht überziehen und verlängern ich mache eine aufnahme mehr als also eine folge mehr als gedacht das ist immer so mein kopf macht mir einfach spaß das ist einfach wunderschön so leider geht es mit dem ausbau ein bisschen zögerlich voran weil das mit dem feuer also mit dem mit dem ofen das lange dauert aber hier das dachte das kann ich so große wir haben schon die die hälfte fast durch naja fast und das wurde auch noch das vordach hat aber noch ein bisschen zeit erst mal müssen wir dicht kriegen so aber auf der einen seite sind wir fertig moment dafür aus nicht darunter springen ok so weit so gut fange ich mal da wieder an oben die lücke noch schließen das werden wir dann mit ja mit stufen machen genau stufen treppen ist das was ich gerade hier habe und dann brauchen wir noch stufen dazu also das dach kriegen auf jeden fall noch fertig ja ja wir haben ja noch zeit da müssen wir ihnen noch ja gut einen dachboden auch machen wahrscheinlich mit einer leiter dann hoch gehen doch schon tönen dass das dach dicht ist aber nein so also mal abgesehen von der lücke da oben noch da machen wir jetzt die gleich mal zu haben wir denn da was nein ja dann müssen wir uns eben was passieren bauen wir da mal ach da hätte ich ja noch es da gehabt egal so was hier mehr als genug also wieder hoch da dann haben wir das dach nämlich auch gleich dicht wieder auf den baum so und warum sie dann hier macht er viele auch noch was machen wir gleich jetzt mal erst mal das dach hier dicht so damit ist da nicht mehr rein regnet beim nächsten mal regnen aber wie wir gesehen es ist alles trocken geblieben ja es hat dann nicht so sehr geregnet da muss auch so du kommst wieder weg hier und dann müssen wir hier noch was hinsetzen du hast nur die frage wie jetzt ach da muss noch was hin ach und da unten am hand muss ja auch noch was hin ja stimmt moment die verkehrte taste okay so zack ich kann jetzt nicht runterfallen soll nur im weg stehen geht aber okay so dann hätten wir das hier auch aber ich wollte ja noch jemals ausprobieren das da mal weg ja toll aber wie und dann so und da hin da vorne machen wir das auch aber weiter vorne da kommt noch ein fenster hin ach ja damit das schöner aussieht so und da oben muss noch sowas rein genau ach ja da noch ein fenster hin das machen wir von innen das machen wir von innen wieder voll daneben gesprungen ich bin ein held so du kannst mal gleich weg ok ja ich freue mich schon auf das da hinten hier da kommt ja die ruine hin das wird schön dass da ja da frage ich mich drauf ok also was aber jetzt hier noch der dachboden wo geht es denn nach oben hier hinten in der ecke da mache ich eine leite hin da muss aber die facken weg ja die muss dann weg naja egal dann baue ich mal leitern ja ich habe noch unmengen an leitern aber ich brauche jetzt hier welche so ich will nicht erst ins klare laufen nein das war zu schnell okay so zack da bing 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 ja aufsteigen runterfallen es ist ja noch kein boden da der müsste dann aus was wird er denn gemacht aus ziegel nein hier aus ziegel dann mache ich den auch aus fichtenholz moment mal die leiter da oben an der seite muss weg warum geht das da nicht hin das will da nicht naja mal sehen so ok also nochmal ähm fichtenholz muss ich noch aufs dach ja ich lasse es mal da ja zwei ne das ist nicht so viel das ist schwarz eichenholz okay das kann mal weg zwei von den dingen habe ich noch da das ist nicht so viel ja gut aber mehr habe ich tatsächlich nicht und jetzt weiß ich wo die ganzen kisten stehen die sind hier in der kiste die kisten in der kiste ja wohl also ja toll zwei na gut ich will jetzt weiter machen also laufen ins lager und holen fichtenholz denn hier in der gegend ja doch haben wir schon was das ist der weibersbaum da also der wird nicht abgehauen ähm da ganz hinten da haben wir was aber da laufe ich jetzt nicht hin ich müsste ja was da haben fichtenholzbretter fichtenholzstämme ist auch gut dann kann ich mir bretter daraus machen ich habe gerade eben aus dem fenster geguckt äh da habe ich ja direkt vorm fenster so ein paar meter entfernt eben ähm eine lampe einfach so ein laternenpfahl mit einer kugel lampe drauf und äh oh wir haben tatsächlich nichts na gut dann basteln wir eben was und die da kam ich ich glaube gestern war das kam ich nach hause und dann war das ding abgenommen äh das reicht ja äh ja legen wir uns eben hin zum schlafen und lag daneben und äh ich hab mir schon gedacht warum das so ist die wird einfach mal sauber gemacht und ja ja doch die die sieht sauber aus die ist richtig blank wieder dann so nachher etwas weiß weiß kugel ähm so das ist ein milchglas ähm da sammeln sich natürlich allerlei algen und flechten darauf an so im laufe der jahre und ab und an muss das ding immer sauber gemacht werden und das war eben jetzt vor kurzem mal der fall ich meine dass es gestern war und jetzt erstrahlt sie wieder in strahlendem weiß naja das hier strahlt in strahlendem weiß ja was denn sonst ja ich muss immer wieder hingucken ja sieht schön aus so dann also hier machen wir doch einfach mal so so hallo hinbauen zack dann bauen wir hier trennen mal zu da und da so da auch noch so dann hätten wir das auch mal dicht äh da oben noch so und so aha so wir kriegen das schon dicht hier das dach ach ja doch mit so einem dach wir machen die tür zu mit so einem dach sieht das oder mit so einer decke jetzt hier sieht das doch schon mal ganz ganz nett aus hier aber jetzt muss ich hier noch was machen so da muss frei bleiben hallo hin da Moment da muss ja frei bleiben genau so nein eins zu viel ach noch eins zu viel machen wir gleich weg so ich sehe gerade die die zeit ist ja fast um so das hier weg ja und ich könnte mal wieder was trinken sehr schön dann müssen wir natürlich jetzt sofort ein fenster reinhauen ja das sieht doch gut aus machen wir nochmal so und so boah da kann man ruhig das hier auch noch weghauen ja dann ist das schöne hell ich glaube da muss ich keine fackel hinstellen machen wir da glas rein oder ach nö ich glaube da machen wir den zaun hin oder ach nö ich will doch glas ach nö ich will doch glas ah ah Moment warum geht das jetzt hier nicht jetzt mach ich es mal hier von von hier oben ich meine eigentlich gibt es keinen Grund warum das äh nicht gehen sollte ja das geht aber nicht ich kann aber auch die leiter auf diese seite machen warum warum kann ich da nichts hinsetzen ich begreif's nicht eigenartig aber ich glaube die leiter an dieser seite hinzubauen ist sowieso ein bisschen schöner kann man auf dem keller direkt da hochlaufen ohne dass man sich nochmal umdrehen muss ja doch ok was ich da oben mache weiß Moment ich muss glas holen ich will da glas hinsetzen boah das weiß ich noch nicht glas aha wir haben aber keins mehr nur noch das da und das genügt nicht mhm dann muss ich wohl wieder ein bisschen Sand abbauen aber im lager haben wir doch so viel ja hier ne da habe ich ein riesiges Loch gebaut um Sand abzubauen ist denn hier noch mehr Sand ach da ist noch Sand ja aber äh ich überziehe sowieso gerade also ich überziehe jetzt noch diese Fenster will ich noch machen und den Rand hier ja auch noch und das Vordach und das auch noch und dies und jenes ne nix da das wird jetzt gemacht ich will das machen dann hole ich jetzt erstmal glas dann bin ich da nämlich auch fertig also bis auf den Ausbau des Dachbodens dann hänge ich eben noch eine Folge dran das ist mir jetzt auch egal denn das wird mit dem Überziehen nicht reichen so Thema habe ich jetzt natürlich dann immer noch keins aber das ist eben so ne so auf die Schnelle vielleicht fällt mir ja was ein die Tür sieht eigentlich auch doof aus da naja also ich meine eigentlich gefällt mir die Eichentür ganz gut aber na in so einem Fichtenholz-Dingsbums da naja egal also ich wollte ich wollte Glas 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 haben wir da oh ja guck mal da haben wir Fensterscheiben dann kann ich jetzt erstmal was trinken ich hab Durst es ist nur Wasser aber es ist lecker ok so jetzt habe ich auch das ja genau und das Dach muss auch noch fertig werden hey Kollege so ach da drin sollte ja der Kalbenraum sein ja ja irgendwann machen wir das auch noch ich wollte ja immer noch so nur drei Projekte haben oh da haben wir noch was nö jetzt ist es weg immer drei Braustellen ja wir haben jetzt gerade nur eine Braustelle und das andere sind Baustellen ähm was kommt denn demnächst dann also das hier ach so ja Moment da hinten müssen wir ja noch die die Links bauen richtig